Klicken Sie auf die Schaltfläche Inhalt hinzufügen. Klicken Sie auf Kontakte. Wähle ein Formular. Klicken Sie auf das Formular. Legen Sie die E-Mail-Adresse fest, an die die ausgefüllten Formulare gesendet werden. Optional können Sie eine E-Mail-Betreffzeile festlegen. Ändern Sie gegebenenfalls die Beschriftung auf der Formular-Schaltfläche. Speichern Sie Ihre Änderungen. Veröffentlichen Sie Ihre Site. Klicken Sie auf den Link, um die veröffentlichte Site zu öffnen. Senden Sie eine Testnachricht, um zu überprüfen, ob das Formular funktioniert. Überprüfen Sie Ihre E-Mails, um die Testnachricht anzuzeigen. Versuch Sie auf den Link, um die Testnachricht anzuzeigen. Vielen Dank.